Mein Name ist Christian Rose, ich bin der Inhaber der Veranstaltungsmanufaktur Hamburg-Tratte-Wülle. Wir organisieren Events und Ketoings von 20 bis 2000 Personen. Ob es jetzt ein Hochzeitsempfang ist, eine klassische Hochzeit, eine Produktpräsentation, eine Geburtstagsfeier oder auch diverse Fashion-Stores, die wir beklettern, wirklich ist alles dabei. Wir befinden uns heute auf dem Karlsengelände in Hamburg-Altona. Die Firma Karlsengelände feiert ihren 60-jährigen Geburtstag. Wir richten gerade ein Event aus für diesen Geburtstag. Wir erwarten ca. 400 Personen. Wir haben mit 12 7,5 Tonnen Equipment angeliefert und da muss natürlich alles richtig koordiniert sein, damit die richtig entladen und beladen werden können. Die zweite Herausforderung ist, dass wir am zweiten Aufbautag noch ein Fahrbahn-Badresen installiert werden, auf den Schienen, die sich auf dem Karlsengelände befinden. Und dieser muss natürlich genau angepasst werden und das wird das Highlight dieses Events werden. Die Herausforderungen sind für mich immer das Besondere an einem Event. Wirklich nicht Nein sagen zu müssen. Das ist auch unsere Philosophie, dass wir wirklich das Wort Nein sehr, sehr selten verwenden und fast jeden Wunsch möglich machen können.